3.500 Euro Bruttorente pro Monat. Ist das tatsächlich machbar möglich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Werde ich es jemals schaffen, eine Bruttorente von über 3.000, ja vielleicht sogar 3.500 Euro zu schaffen, zu erreichen? Ist denn das überhaupt möglich? Solche Fragen lese ich manchmal im Internet und ich habe die einfach mal aufgegriffen und wollte selber mal wissen, ob denn das theoretisch machbar ist und ob das bei uns zum Beispiel im Vergleich zu dem, was wir an Rentenbescheiden jeden Tag sehen in unserer Rentenkanzlei, in greifbarer Nähe ist. Grundsätzlich ist aus meiner Erfahrung eine solche Monatsrente als Altersrente nur dann möglich, wenn Sie deutlich mehr als 35 Jahre in die Rentenkasse einzahlen. Sie müssten de facto nach der Berufsausbildung immer ohne Lücken und Pausen durcharbeiten und zwar vom 20. Lebensjahr an bis zum 65. Lebensjahr und zwar mit einem Verdienst, der immer der Beitragsbemessungsgrenze entspricht. Das heißt also die höchsten anrechenbaren Verdienste, die in der allgemeinen Rentenversicherung überhaupt möglich sind. Und für das Jahr 2022 liegt die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung im Bereich West bei 84.600 Euro Bruttojahreseinkommen oder 7.050 Euro monatlich Bruttoeinkommen. Nehmen wir also an, Sie würden tatsächlich nach der Berufsausbildung ab dem 01.01.2022, da haben Sie also praktisch drei Jahre vorher Berufsausbildung gemacht und Sie fangen am 01.01.2022 einen Job an und arbeiten den 45 Jahre durch, ohne Arbeitslosenzeiten, ohne Krankenzeiten, ohne irgendetwas, keine Lücken, immer beim selben Arbeitgeber. Wäre ja ein Traum. Würden jedes Jahr 84.600 Euro in den 45 Jahren verdienen, dann bedeutet das für ein Jahr Arbeit in diesem Verdienst Entgeltpunkte in Höhe von 2,1748. Das ist der Entgeltpunkte-Wert, den Sie im Jahr 2021 mit dem entsprechenden Durchschnittsentgelt, welches für dieses Jahr als vorläufiges Durchschnittsentgelt gilt, hier maximal erwirtschaften können. Diese 2,1748 Entgeltpunkte vervielfältige ich mit dem Faktor 45, 45 Jahre und dann komme ich auf 97,8660 Entgeltpunkte. Und da wir ja davon ausgehen, dass Sie ohne Abschlag in Rente gehen mit 65 und 45 Jahren Arbeit, ergeben genau diese 97,8660 Entgeltpunkte eine Bruttomonatsrente nach aktuellen Rentenwert 36,02 in Höhe von 3.525,13 Euro monatlich. Nach Abzug von Kranken- und Pflegebeiträgen in Höhe von rund 11 Prozent, das ist der Wert, den wir dieses Jahr 2022 pauschal immer ansetzen, würde unser Versicherter 3.137,37 Euro netto Monatsrente ausgezahlt bekommen, wenn er dann nach 45 Jahren Arbeit in Rente gehen würde. Sie sehen eine Bruttorente von über 3.500 Euro und Nettorente über 3.000 Euro ist tatsächlich möglich, aber nur unter der Maßgabe der höchsten anrechenbaren Verdienste und einer Arbeitszeit nach der Berufsausbildung nach 45 Jahren Arbeit. Oder aber Sie hätten zum Beispiel auch hier knappschaftliche Zeiten noch mit dabei, wo der Rentenartfaktor nicht 1,0, sondern 1,333 ist. Oder Sie würden zum Beispiel in die Rentenkasse noch zusätzlich Beiträge einzahlen zur Abgeltung oder Abmilderung eines, oder zum Ausgleich des Rentenabschlages, den Sie zu erwarten hätten, wenn Sie vorzeitig in Rente gehen mit einer Rente mit Abschlag. Und dann doch nicht in Rente gehen mit dieser Rente oder in diese Rente, sondern erst tatsächlich nach diesen 45 Jahren Arbeit. Also unter diesen gegebenen Gesichtspunkten könnten Sie eine solche hohe Rente schaffen. Aber aus heutiger Sicht extrem selten, dass es solche Renten in der Höhe tatsächlich überhaupt geben wird. Wir haben eine Bruttorente von über 3.000 Euro in unserer Kanzlei nach meinem Wissen noch nicht gehabt. Immer so bei 2.800, 2.900 Euro. Das kommt schon mal vor, ist aber auch extrem selten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel